Die historische Kulisse macht diesen Herbstmarkt so beliebt. Auf den Freiflächen des Museums zwischen den alten Bauernhäusern und auch in den großen Scheunen gibt es für die Besucher immer wieder Neues zu entdecken. Und so lockt der Molfseer Herbstmarkt auch junge Influencerinnen an. Zwölf gehen heute gemeinsam auf Tour, wolle mehr erfahren über Kunsthandwerker und Anbieter von regionalen Lebensmitteln. Also ich liebe solche Märkte überhaupt. Das ist auch genau mein Thema, was ich bei Instagram mache. Also ich stelle Schleswig-Holstein vor und was man so machen kann. Ich habe welche, die sind Ü60, ich habe ganz junge Follower, das ist ganz unterschiedlich. Aber hauptsächlich dann eben das Familienthema und dann ist natürlich gerade so ein Familien-Event auch schon spannend für jedermann, würde ich dann sagen. Hauptorganisatorin des Herbstmarktes ist Johanna Friese. Sie freut sich über den diesjährigen Ausstellerrekord. 147 Stände verteilt auf dem rund 20 Hektar großen Museumsareal. Wir gucken natürlich auch viel auf anderen Märkten und schnuppern da mal so ein bisschen. Ich habe irgendwie immer meine Augen offen in den sozialen Medien, im Internet und gucke immer mal, wer ist gerade so neu, wer kommt gerade neu raus, wer macht vielleicht was Tolles. Ein neues Highlight, der Markt der Nordbauern. 15 Landwirte, die ihre Produkte selbst herstellen und direkt vermarkten, stellen sich hier vor. Wir repräsentieren im Grunde genommen alle Bereiche der Urproduktion, der Lebensmittelverarbeitung. Wir haben Fischer, wir haben Obstbohren, wir haben Kartoffelproduzenten, wir haben Käsereien, wir haben beispielsweise die Ökomelkbohren. Wir haben hier einen super tollen Austausch, auch mit der Museumsleitung, die das Projekt Nordbauern unterstützt. Seit mehr als 30 Jahren gibt es das Herbst-Event in Molfsee. Viele Besucher kommen jedes Jahr vorbei. Das Marktkonzept ist eben rundum stimmig. Das Ganze, die ganze Atmosphäre für die Kinder ist was, für uns ist was, also im Ganzen. Viele schöne Essensstände, das ist so der Grund, das Wetter spielt natürlich auch mit. So, die Stände sind sehr schön. Wir gehen in die Häuser, gucken uns die Geschichten an und wir sind schon öfter hier gewesen. Der Herbstmarkt in Molfsee hat bis zum 8. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.